Freiburg ist eine Mannschaft, die von einer enormen läuferischen Qualität oder sehr, sehr viel läuft pro Spiel und sich in jeden Zweikampf und in jede Situation reinhauen. Dadurch sind sie in der Liga geblieben, weil sie das sehr, sehr gut gemacht haben. Und ob es um etwas geht oder ob es um nichts geht, ich denke, das ist bei Freiburg völlig egal. Und ich sehe das auch bei anderen Mannschaften so. Man kann immer, die einen spielen dann locker auf, dann sagt man aber, die haben nichts mehr zu holen, vielleicht sind sie zu locker. Es gibt immer ein Führen wieder und deshalb konzentrieren wir uns auf unsere Leistung und auf unsere Art, wie wir das Spiel angehen möchten. Aber wir sind uns bewusst, dass Freiburg sicherlich nicht locker spielen wird. Das kann die Mannschaft gar nicht, das ist nicht eher naturell, auch nicht das von Christian Streich. Die Mannschaft wird Vollgas geben und darauf sind wir eingestellt.